Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei ArchieGaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es neuen SPC-Content, es ist Donnerstag, wie jeder Woche Donnerstag haben wir die Top-Partie der SPC draußen. Außerdem als Man of the Match SPC ein Marcel Halstenberg. Gestern schon Rodrigo, warum heute ein Marcel Halstenberg? Der wirkliche Man of the Match von der Partie gestern Leipzig gegen Man City ist Maris geworden. EA gönnt uns heute Marcel Halstenberg. Was da los ist, weiß ich nicht so genau. Was ich aber weiß, wir kümmern uns heute unter anderem um folgendes und zwar die Showdown Series. Morgen geht die Promo los. Viele haben schon gefragt, was ist Freitag für eine Promo? Der Loading Screen verrät es uns. Gestern kam schon ein kleiner Loading Screen und heute wollen wir genauer darauf eingehen. Auf die Promo, die morgen beginnt, die Showdown Series. Und da gehe ich direkt mal mit euch gemeinsam rein und zwar hier auf die wunderbare Szene. Das ist der Loading Screen. Wir haben zum einen Real Madrid gegen Atletico Madrid und dann haben wir Paris gegen Marseille. Also da habe ich euch schon mal hier einen Screenshot gemacht. Beginnt eben am Freitag 19 Uhr. Und welche Partie Real Madrid gegen Atletico Madrid ist, das zeige ich euch gleich genau. Bevor wir mal rein starten in den Content, wisst ihr Bescheid, könnt ihr meine Tech hier aber unterstützen. Hier auf dem Shell bin ich Tech für euch am Start. Nehmt euch kurz die 1 Sekunde Zeit. Daumen nach oben da lassen. Gestern seid richtig hart eskaliert. 465 Likes, 22 Stunden jetzt nach dem Upload. Und ich würde sagen, das ist einfach das heutige Like-Ziel für das heutige Video. Also zerstört genauso wie gestern heute auch wieder gerne den Like-Button. Eure Meinung zum heutigen Content reinschreiben in die Kommentare. Und falls ihr komplett neu sein solltet, könnt ihr gerne auch kostenlos ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja Freunde, ich würde mal sagen, wir starten mit den Top-Partien. Da gibt es natürlich jetzt, weil, ja, Swaps raus ist, vorbei ist, eben kein Token mehr in den Top-Partien. Dennoch würde ich sagen, macht diese SPC auf jeden Fall. Das Schöne ist, sie ist eine Woche da. Selten ist ein Elektrospieler-Pack, ist der Gruppen-Reward. Und dann haben wir 4 SPCs. Relativ simpel, ein Gold-Pack für ein 72er-Graden-Squad. 74er-Graden-Squad, Jumbo-Gold-Pack. 76er-Graden-Squad, Jumbo-Primo-Gold-Pack. Und ein Prime-Elektrospieler-Pack für ein 78er-Graden-Squad. Jetzt denkt ihr erstmal, okay, das sind jetzt vielleicht nicht die geilsten Packs. Aber ich sage euch eins, Freunde, selbst aus so einem Gold-Pack kann man da eigen draus ziehen. Ich weiß aus eigener Erfahrung. Und wenn ihr auf dem Clip-Channel das gesehen habt, dann wisst ihr da auf jeden Fall auch Bescheid. Ja, aber nehmt auf jeden Fall die Packs mit. Denn alle 5 Packs, die ihr hier bekommt, falls ihr noch nicht wusstet, sie sind tradable. Und insofern ist die Frage, die ihr jetzt stellen müsst, die Frage nur noch, öffnet ihr es jetzt noch? Oder eben erst morgen? Wobei wir dabei sagen müssen, dass wahrscheinlich morgen keine Promokarten in Packs sind. Das heißt, meine Empfehlung geht raus, am besten das noch vor morgen 19 Uhr zu öffnen. Das ist erstmal jetzt meine grundsätzliche Empfehlung. Ich werde nochmal abwarten, was sich ja in den nächsten Stunden tut. Und dann werden wir vielleicht morgen öffnen. Wir werden mal schauen. Aber dazu dann morgen später im Video mehr. Top-Partien sind auf jeden Fall wie jede Woche Donnerstag da. Sehr, sehr nice. Und auf jeden Fall sehr, sehr nice von EA. Ja, dann haben wir Marcel Halstenberg. Da müssen wir uns auch die Frage stellen, wie kommt er an einen Man of the Match? Sieht erstmal von den Face-Cut-Stats relativ nice aus. 81er Tempo, 86er Def und 89er Physis. Und eben dazu dann noch 82er Dribbling als auch 82er Passen. Wo man sich ja fast denkt, wow, das sieht fast nach einem ZDM aus. Zwei Segmente bringt der Kollege mit. Und ich bin gespannt, was er sonst noch mitbringt. Drei Sterne, drei Sterne, Hochmittel-Arbeitsraten, 1,88er Körpergröße. Kann auch linker Außenverteidiger. Hat gestern Linksverteidiger gespielt. Okay, komische Tempo-Aufteilung. Ein 71er Antritt und 89er Sprint-Depo. Gucken wir gleich mal, was wir mit Shadow da machen können. Aber das sieht auf jeden Fall schon mal böse aus. 89er Reactions ist nice. Und Verteidigung Physis ist auf jeden Fall auch nice. Kann man auf jeden Fall gut boosten. Die Frage ist, was kostet er? Zwei Segmente für eine... Das möchte ich auch mal wiederholen. Es ist keine Live-Karte. Dazu gleich nochmal mehr. Es ist ein 82er und ein 83er. Also recht günstig ist es auf jeden Fall. Dazu bekommen wir wohlgemerkt natürlich noch zwei Packs. Okay, Cold-Pack und Cold-Spieler-Pack. Nicht ernsthaft, ey. Also, das ist eine Man-of-the-Match-Karte, Freunde. Das ist keine Live-Karte, wenn Leipzig weiterkommen sollte. Das ist keine Karte, die sich jetzt upgradet. Also, das will ich nochmal gerade sagen. Auch wenn gerade die Road to the Final-Probe noch am Laufen ist. Das ist aber eine Man-of-the-Match-Karte. Und die bleibt so, wie wir sie uns jetzt eben angeschaut haben. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal den SPC-Content für heute abgehakt. Und in den Zielen kann ich jetzt sagen, gibt es gar nichts Neues. Und im Shop auch nichts Neues. Deshalb gehen wir jetzt eben zum Thema schlechthin. Und das ist eben der Loading-Screen und die Promo von morgen, über die wir uns jetzt heute schon mal unterhalten. Also, ihr seht das links nicht, dass ein Real Madrid-Wappen mit 87 passenden und 89er Dribbling. Habt ihr vielleicht auch selber schon gesehen, als ihr in ein Ultimate-Team reingegangen seid. Und dann sehen wir einen von Atletico Madrid mit 91 Pace und eben 84 Dev. Und außerdem sehen wir Paris gegen Marseille eben auch einmal eine Partie. Und falls ihr euch jetzt fragt, ey, Moment, was ist diese Showdown-Series? Also, das ist erstmal eine Showdown-Karte an sich, wie ihr sehen könnt. Das ist schon mal zwischendurch hier und da mal gekommen. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern. Und da ging es eben um, ja, während der WM ist es ja auch gekommen, eben darum, dass eben dann zum Beispiel Real Madrid gegen Atletico Madrid spielt. Und der Gewinner, also wenn ihr zum Beispiel Atletico Madrid gewinnen solltet, dann bekommt halt die Atletico Madrid-Karte ein Plus-2-Upgrade. Wenn die unentschieden spielen, bekommen jeweils beide Karten ein Plus-1-Upgrade. Und ja, das ist quasi einfach das Ding bei der Showdown-Series. Das halt jetzt über eine Woche hinweg, wahrscheinlich täglich genauso wie letztes Jahr auch, Showdown-Series kommen zu den jeweiligen Partien, die halt dann anstehen. Das kann dann eben unter anderem UEFA Champions League sein. Das kann Europa League Partien sein. Das kann eben Premier League Partien, Bundesliga Partien, League-Up Partien, wie ihr sehen könnt, La Liga Partien. Alles Mögliche sein. Und das wird eben dann ab morgen anstehen. Ja, das erstmal kurz zur grundsätzlichen Erklärung. Wir gehen gleich in die ein oder andere Leaks auch rein. Denn einiges ist schon am Start. Und hier können wir uns nochmal anschauen, wie im Footbin die SBC-Überblick aussieht. Mit 45k, Marcel Halstenberg, 26 Prozent, Daumen hoch. Ich bin mir sicher, ohne es jetzt schon gesehen zu haben, zum einen, dass er wahrscheinlich noch nicht mal unter den Top-5-Innenverteidigern der Bundesliga ist. Das gucken wir uns jetzt mal an. Also Halstenberg, absolut lost meiner Meinung nach. Ja, es ist so ein Feature-Team-of-the-Week ähnlich. Habt ihr gesehen mit diesem Stern drüber. Also es ist ein doppeltes Upgrade im Endeffekt. Von 78 jetzt auf 87 hochgepusht. Aber die Tempo-Aufteilung, die geht halt gar nicht. Also eigentlich würden wir ein Encore drauf machen. Das ist aber komische Tempo-Aufteilung. 92 Def, 94er Physis. Wenn wir uns dann mal anschauen, das Ganze mit einem Shadow. Dann haben wir 79 zu 97. Dann haben wir aber die Physis nicht geboostet. Und wenn wir dann eben reingehen zu der Bundesliga. Und uns auf der jeweiligen Position die Innenverteidiger mal anschauen. Ja, Freunde, dann haben wir die Auswahl schlechthin. Also Guardiola hat das 1-1 geschossen. Der hat halt schon eine Special-Karte. Ich denke, daran liegt es, dass er keine bekommen hat. Vinicius Junior hat ja gestern auch schon einige Karten gehabt. Da habe ich auch schon vermutet, dass eben deshalb Rodrigo am Start ist. Aber meiner Meinung nach gestern ein Mega-Fail mit der Rodrigo-Geschichte. Und ich will jetzt nicht schon wieder sagen, es ist ein massiver Fail. Aber im Endeffekt müssen wir jetzt mal Klartext reden, Freunde. Wieso kriegt Halstenberg diesen Man of the Match in SPC? Keiner kann es uns erklären. Ihr sollt es uns mal bitte erklären. Schön transparent uns das Ganze zeigen. Aber es ist halt einfach nicht der Fall. Guardiola hat das 1-1 geschossen. Ausgeschossen oder geköpft, muss man sagen. Hat eine 86er, hat eine 89er-grade Karte. Wir haben ein paar Wader-Innenverteidiger, der spielen kann. Uber Meccano, wir haben Delict, wir haben Süle am Start. So viele. Schlotterbeck haben wir alle for free bekommen. Ja, durch diese Zielen-Geschichte. Freunde. Also, was soll ich jetzt hierzu noch sagen? Äh, was soll man dazu noch sagen? Äh, 86er-Pace, er hat 87er-Reactions. Das ist eine bessere Karte und das ist eine One-to-Watch-Karte, die kann sich sogar noch upgraden. Ist also eine Live-Karte. Also, um das jetzt einfach mal nur als Beispiel zu nennen. Das heißt, Halstenberg können wir direkt links liegen lassen. Muss man leider in diesem Fall so sagen und kann ich absolut nicht verstehen. Ja, das Rätsel, warum wir gestern Cavani gezogen haben, wissen wir jetzt auch. Hier sind jetzt eben neue transferierte Karten am Start. Brooks von Hoffenheim und so weiter und so fort. Also, da haben wir ein neues in Packs. Ja, wie ihr seht, die einzigen zwei SBCs für heute. Also, Halstenberg und die Top-18-SBC. Typischer Donnerstag, relativ lame. Und deshalb kommen wir jetzt zur Thematik vom Morgen. Und zwar habe ich jetzt mal von letztem Fieferteil die SBCs rausgehauen. Eine SBC, die richtig gefeiert worden ist. Preis-Leistungs-mäßig war die Jones-SBC. Kann ich mich auch extrem daran erinnern. Forster, Forster und ein Mega-Allrounder. Was wir aber sagen, müssen wir erstmal vorweg, ist, falls ihr euch noch daran erinnern könnt, die Showdown-Series. Die ist etwas später gekommen, als das jetzt der Fall ist. Also, das müssen wir nochmal kurz diesbezüglich auf jeden Fall erwähnen. Dass eben nicht Ende Februar letztes Jahr das rausgekommen ist, sondern Richtung April es mit der Showdown-Series losgegangen ist. Cavaglio war zum Beispiel auch am Start bei der ganzen Geschichte. Da seht ihr es auch. Also hier ein Cavaglio. Da war er noch bei Fulham am Start. Dann haben wir Götze am Start zum Beispiel gehabt. Falls ihr euch daran erinnern könnt, ein W-Cost. Ein absolutes Biest. Forster, Forster mit 95 Füßes. Den haben wir extrem gefeiert. Das war der Cheat-Code schlechthin. Und dann habe ich euch nochmal ausgesucht, dass natürlich dann auch Silverstars kommen können. Eben dann sehr, sehr wahrscheinlich am Mittwoch zum Team of the Week passend. Eben dann mit so einer solchen Showdown-Karte. Das ist sehr, sehr möglich. Da hatten wir zum Beispiel auch ein Aurier draußen. Während dieser wunderbaren Promo. Das waren eben keine Promokarten an sich, sondern es wird hier bei Footband eben als Showdown-SBC gewertet. Und für euch nochmal kurz zur Erklärung. Aber das auf jeden Fall Aurier, der auch geupgradet worden ist. Wir hatten Medeiros zum Beispiel am Start. Auch nice stats, aber falsche Liga. Und dann hat man zum Beispiel auch von Berlin Haraguchi. Ja, jetzt eben bei Stuttgart unterwegs. Vier Sterne, vier Sterne. Auch die Karte hat man beglaubt. Das war sogar das Berlin-Derby, was wir da als Showdown-SBC quasi hatten. Hertha-BSC Berlin gegen Union Berlin. Ja, und dann kommen wir zu den Leaks jetzt. Schlussendlich. Und das ist Folgendes. Wir haben... Das ist eben das, was geleakt worden ist. Die Stats waren jetzt hier, wie gesagt, predicted. Da können wir gerne auch nochmal reingehen. Also wir haben jetzt hier 87 passend und 89 dribbling bei eben dem von Real Madrid. Und eben 91 pace und 84 def. 84 def, also hier 91 pace bei Molina. Und bei Ceballos eben dann eben folgend. Das Umgekehrte von Real Madrid auf dem Loading-Screen ist das Ganze schon ersichtlich. Also morgen wird es dann wahrscheinlich, oder im Laufe der Probe wird auf jeden Fall Dani Ceballos gegen eben Molina kommen. Heißt Real Madrid gegen Atletico Madrid. Das Madrid-Derby schlechthin wird als Showdown-SBC kommen. Das ist auf jeden Fall schon mal vorweg so geleakt. Außerdem geleakt ist folgende Partie. W-Kost gegen Elliott. Oder umgekehrt Manchester United gegen eben Liverpool. Und das ist das Witzige, was ich euch eben gezeigt habe. Er ist quasi zurück. Er wird wiederkommen eben als Showdown-Karte. Und wenn eben United das Ding am Ende noch gewinnt, bekommt W-Kost halt einfach plus zwei Upgrade. Also wie gesagt, das Ganze ist jetzt hier predicted. Ob das 90er geratete Karten werden oder nicht, das werden wir noch weiter abwarten. Und von Power Curve her müssten die meiner Meinung nach auf jeden Fall higher geratet sein als die vom letzten Jahr. Ja, und W-Kost auf jeden Fall wieder back. Er wird ähnliche geile Stats haben wie zuletzt die andere W-Kost-Karte auch. Da seien wir ehrlich, Freunde. Das Nice ist halt jetzt einfach noch, dass er einen Premier League-Link mitbringt. Mitbringt aus der ganzen Geschichte. Obwohl er war hier theoretisch doch, war eigentlich hier auch Premier League, fällt mir gerade ein. Wo haben wir ihn am Start hier? W-Kost ja, natürlich. Premier League, Niederlande, Berlin. Da war er noch bei Burnley unterwegs. Ich dachte kurz, wäre schon türkische Liga gewesen. Aber nein, natürlich nicht. Da war er noch bei Burnley unterwegs. Und auch unter anderem deshalb. Ebenso nice, 4-Star, 4-Star. Also W-Kost kommt zurück. Elliott unter anderem auch. Und worauf wir uns dann auch freuen können, ist folgendes. Und zwar die Icon-SPCs. Unter anderem wird rockbar, released. Anscheinend aber wohl als World Cup-Icon. Also wir können uns hier auf neue Icon-SPCs auch während eben der Showdown-Series freuen. Einiges, was da ansteht. Ich hoffe, ihr seid dann morgen wieder mit dabei. Um 19 Uhr schauen wir uns alles an. Und dann jeden Tag. Also, falls ihr neu sein solltet, gerne kostenlos ein Abo dalassen. Ist komplett for free auf dem Weg Richtung 60.000 Abonnenten. Dankeschön für euren Support auf jeden Fall. Und mich wird es freuen, wenn wir uns dann morgen wiedersehen. Bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt es mir in die Kommentare. Und hier könnt ihr jetzt unter mir noch ein Video von gestern sehen. Falls ihr noch nicht gesehen habt, es lohnt sich. Und wir sehen uns dann gerne morgen wieder. Euer Flo von Archie Gaming und euch einen entspannten Fußballabend. Manchester natürlich gegen Barcelona. Es wird nice. Und damit bis morgen. Und ciao.